Musik Zufriedene Männer gab es wieder beim monatlichen Männerabend im Mediamarkt in der Klassikgalerie Neu-Ulm mit Donaudreifem-Moderator Robin Schuster. Die Experten von Mediamarkt klärten alle Fragen rund um das Thema Android. Was hat das Betriebssystem eigentlich so drauf und was macht es besser als die Konkurrenz? Musik Nebenbei durfte auch mit der Carrera-Bahn gezockt werden. Dazu gab es natürlich Pizza und Bier, was ein Männerabend ebenso braucht. Musik www.donaudreifem.de Musik Musik Musik